Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 60 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.100 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Wohnung befindet sich im Moment. Die Wohnung befindet sich um Mini-Wohnung zu verlassen. Die Wohnung befindet sich in dieser agencies. Sie hat sich an keinen Platz, einen Ringhof also zu verlassen und einen Bishop-Wohnung. Untertitelung des ZDF, 2020